Wer dann den Spuren folgt und nie vergisst, dass nun dir das Glück zu finden ist, der stellt sein Leben gern auf deine Worte ein. In deiner Obmut hältst du alle Eintenheiten fest. In deiner Hoheit schenkst du jeden, der sich schenken lässt. Du streichst aus jedem Leben alle dunklen Flächen raus. Dieses Bild nach deinem Wesen lacht und sieht viel schöner aus. Du bist der Gott, der seine Kinder liebt, der jede Sehnsucht an sich nimmt und schmiedt. Auf deinem Weg, der Liebe soll wie der Alte sein. Wer dann den Spuren folgt und nie vergisst, dass nun dir das Glück zu finden ist, der stellt sein Leben gern auf deine Worte ein. Und jeder, der das Bild betrachtet, merkt, dass was geschieht. Seit denen, der dein Volk beamtet, merkt, dass deine Lieben siehnt. Der Gott, der seine Kinder liebt, der jede Sehnsucht an sich nimmt und schmiedt. Auch das Weg der Liebe soll wie der Alte sein. Wer dann den Spuren folgt und nie vergisst, dass nun dir das Glück zu finden ist, der stellt sein Leben gern auf deine Worte ein. Wer dann den Spuren folgt und nie vergisst, dass nun dir das Glück zu finden ist, der stellt sein Leben gern auf deine Worte ein. Herzlich Willkommen bei Love Wins Handicap. Extra aus Hamburg angereist, Thomas Steinlein und Markus Zillerschmidt aus Chemnitz. Eine kurze, kleine Geschichte zu Beginn. Man steigt in Hamburg ein, hat das Ticket gelöst bis Kassel und man steigt in Erfurt aus. Ursprünglich sollte ja um 13 Uhr, wollten Sie hier sein, es ist jetzt 17 Uhr geworden. Aber Sie sind hier und das freut uns sehr. Wir haben hier bei Spring einen Magnet Musiker. Aber niemanden mit einem Handicap, jedenfalls nicht mit einem offensichtlichen. Sie, die hier eine Etage tiefer sitzen, sehen das Handicap von dem Thomas offensichtlich nicht. Künstler seiner Art haben besonderes Gespür für das Instrument, was sie beherrschen. Aber Thomas hat es noch nie gesehen. Anschluss nachher, wenn wir die Musik gehört haben, dann sehen wir ein Theaterstück. Wir spielen als Darsteller Menschen mit ohne bzw. wenig Behinderung. Menschen, die geistliche Behinderung haben oder körperliche Behinderung. Selbst ein Blindermann ist dabei. Und diese Leihenschauspieler haben sich in diesen letzten Tagen vorbereitet, hineingetacht. Und wir, wir werden sie mit hineinnehmen in eine biblische Geschichte. Die Zeit war kurz. Manche Menschen von uns können lesen, manche können nicht lesen. Und so haben wir die Rollen so verteilt, dass jeder mitspielen kann. Wir freuen uns auch, dass sogar aus der Teilnehmerzahl der Springteilnehmer einige sich bereit erklärt haben, mit uns zu spielen. Inklusionstheater mit uns zu spielen, dass wir nicht alleine spielen müssen. Lassen Sie sich da überraschen. Dann freuen wir uns auf Gesprächspartner mit kurzen Interviews. Und zum Schluss haben wir noch ein ganz besonderes Special vorbereitet. Der Mr. Joy, gestern Abend, wo ich oder wo wir gewesen sind, der musste sich selber vorstellen. Wir beiden haben die Chance, uns gegenseitig vorzustellen. Kurt, du bist Gründer und Leiter des Werkes Dienet einander. Was muss ich mir darunter vorstellen? Über 30 Jahre habe ich mit Freunden zusammen einen Verein gegründet, Dienet einander. Wir haben gesagt, wir können alle einander dienen. Sowohl behinderte Menschen als auch nichtbehinderte. Das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und so bieten wir seit jetzt ca. 40 Jahren Freizeiten für Menschen mit Behinderungen. Freizeiten für Menschen mit geistiger Behinderung vorwiegend. Aber auch mit Sinnesschäden an. Mit körperlichen Behinderungen. Und das freut uns, dass wir auch hier Fuß gefasst haben bei Spring, dass wir inzwischen mit einer Freizeitgruppe hierher kommen und Eltern die Möglichkeit bieten, die hier irgendwo untergekommen sind, ihre behinderten Angehörigen bei uns in der Gruppe geistliche Nahrung geben zu lassen. Vielen Dank. Vielen Dank.